Meine Ziele sind weniger Armut und weniger Ungleichheit. Insbesondere auf europäischer Ebene wäre es jetzt wichtig, für die Phase 2020 bis 2030 die Ziele auch zu haben. Weil ein Unterziel ist die Halbierung der Armut und in Europa weniger Ungleichheit zu schaffen, wäre ganz wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017